hallo liebe freunde herzlich willkommen zurück hier wieder mal bei einer neuen runde borderlands 2 die chaos truppe ist unterwegs die zockerrübe und meiner einer wieder genau längere zeit schon wieder her alles chaotisch alles krank und jetzt machen wir hier mal weiter kollege bleibt doch mal da ja das ist total ätzend das noch einer bei dir diese sind die nerven total mit ihrem scheiß rumgehüpft für die viecher ach da hinten kommen paar roboter okay kritischen schaden errediten ok kritisch arschloch so schaut es nämlich aus so gucken sich mal um junge frau hier gucken was hier im scheißhaus gibt kann man denn diese dinge eigentlich noch tatsächlich da ist noch was drin hier ist hier schon das erste dinge wo wir hin müssen mehr nur muni irgendwie war da drin kohle ach du kacke wer bist denn du da ist ja so ein arschloch wurm scheiße drecksack drecksack wurm aber echt mal aber echt hey so dann gucken wir mal hier muss da irgendwo das ding sein hihihi gewinnig 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 hilfe nie ins wasser fallen äh oh ich hab's ich hab's ich hab's da auf dem bötchen auf dem bötchen tatsächlich oh oh laser strahlen roland ist natürlich krass ja zunehmend rot anlief platzte ein blutgefäß in meiner nase deine blutfontaine aus meinen nasenlöchern spritzte uns beide voll sie randt schreiend so froh ich zu diesem zeitpunkt auch war ich fürchte dass blutfontaine aus meiner nase keine realisierbare langzeitstrategie sind um konversation zu vermeiden sie könnte aber recht haben oh mein gott so dann hüppen sie mal rein junge frau ach ich kann den ja auch bedienen sehr schön so dann dreifen wir mal los ja na selbstverständlich unter uns ist glaube ich eins soll er hupen klingeln genau oder winken ja aber hier ist so eine treppe können wir mit treppe runter oder sollte ich runterfahren ja dann los lass uns runterfahren komm hier was soll der geiz ja ich weiß nicht vielleicht ist das auch hier warte lass doch lieber mal eben die dritte okay ich sag jetzt nichts mehr das muss hier oben irgendwo sein ja das ist hier in dem in dem haus drin sag ich jetzt mal also unterschlupf unterstand whatever ne ja toll was ist das denn hier für eine nummer kommst du denn da rein äh mal gucken da ist das doch da unten äh ich hätte es fast geschafft arschlecken fast hätte ich es geschafft ja ich hätte es auch fast geschafft auch schon also hier die viecher ich glaube diese ein bisschen krass vielleicht nicht die richtige wumme ja aber es sind noch mehrere hier ich bin oh 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 watt du mag ja hier sind leider mehrere 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 von die arschlöchers kritisch kritisch arschloch so das war das mhm na jetzt muss man noch hoch da kommt noch ein Kollege Kollege kaputt super so wir kommen aber hier von hier glaube ich nicht aber hier liegen noch ein paar kisten ne also ich habe ich kümmere mich hier gerade um die kisten aber sagen wir mir kommt jetzt so vor aus wie wenn wir genau hier auch beim letzten mal schon irgendwie abgekackt hätten wir müssen nochmal hier hinten rum wir müssen nochmal den Weg rum ja stimmt und dann nochmal an der Treppe ach ja meine gesundheit ist es ein bisschen schlecht bestellt gerade ich sehe gerade du ne du bist so ein bisschen letztes Loch pfeifen und so mhm also aber aus dem vorletzten wir müssen da irgendwie rüberspringen ja 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 oh da unten ist auch noch eine dicke waffenkiste ja aber da bin ich beim letzten mal auch schon nicht rangekommen irgendwie da kannst du auch runterspringen ach ja ja ich spring da nochmal eben hin oh fuck nein jetzt sagen nicht du bist vorbeigesprungen ja was das denn feuert so schnell wie du abdrücken kannst er kann richtig schnell abdrücken na die nehme ich mir mal Lichtgeschwindigkeit genau lächerliche Geschwindigkeit mopsgeschwindigkeit mopsgeschwindigkeit genau wo war das nochmal mopsgeschwindigkeit war doch in spaceballs war das war das in spaceballs ja mopsgeschwindigkeit mhm ähm da hinten liegt das wie kommen wir da jetzt am besten ran wir müssen hier irgendwie auf die auf die Pöller springen ja warte mal ich äh was ist das Submachine Gun hier weg mit der Kacke ich bin drin cool 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 die alten Fragen haben mich heute wieder beschäftigt als ich einen ausgeweiteten Skake an meine Eingangstür nagelte um Besucher abzuschrecken was will Jack mit dem Kammerschlüssel hat der Schlüssel sich die ganze Zeit nur aufgeladen als er in meinem Besitz war hat er sich darauf vorbereitet seine Alienkräfte auf Pandora zu entfesseln um Eridium zum Vorschein zu bringen oder noch mehr Alienruinen aufzuschließen ich werde mich eingehend mit diesen Fragen befassen sobald ich meine Wände schallisoliert habe um von dem permanenten Frohsinn der Bewohner von Sanctuary verschont zu bleiben okay die ist so schön paranoid die alle die ist richtig krass dann können wir ja jetzt eigentlich wieder hoch und zum nächsten Ding gehen ja dann lass mal hier runterspringen bei einem Glück gibt es keinen Fallschaden ja das ist gut ne auf jeden Fall das werde ich nämlich jetzt schon hinüber MAUSE DUDE mit meinem bisschen Leben was ich noch habe ja wird mal Zeit aus von denen Dings kriegen ne irgendeinen äh wie heißen die Dinger Medikit oder so mhm ja vorhin hatte ich eins da hat jemand noch volles Leben komische Knarre komische Flinte habe ich mir hier genommen na komm hier ja oh herzlichen Glückwunsch boxen wir dich hier ein bisschen scheißvieh was das denn ein Multi-Use Launcher was für ne komische Knarre äh äh wo äh da unten in der Kiste was für ne Kiste mann dieser Scheiß boah ey ich mach dich kaputt Junge da kommt er so zu Tode geboxt scheiß auf den Launcher da kommt noch so ein Zipfelklatscher ne Zipfelklatscher achso fahr ich? soll ich fahren? willst du fahren? ne ist gut ich sitz schon ok warte ich sitz natürlich nicht auf dem Schützenplatz ist ja klar warte ist mir jetzt genauso gegangen wie dir jetzt feuerfrei mariane jetzt muss ich erstmal gucken wo wir hin müssen wir müssen glaube ich zurück ne? ich weiß wieso oder achso ja wir müssen hier in Richtung Süden genau da aber ich müsste mich jetzt eigentlich mal links halten wieso links? fahr mal gerade aus mhm und von da müssen wir dann hier irgendwie rein achso hier hinten noch übergleich mhm geilstes gefühl aller zeiten geilstes gefühl aller zeiten aha oh wer bist denn du? aha Apparat kaputt äh lass mich doch mal in Ruhe alter Na toll Na toll, da krieg ich auch keinen Blumentopf hier mit der Scheiße Ich bin noch im Leben, also naja, ich bin tot, aber Oh, da hinten bist du Ja Der müsste auch gleich down sein Also er lebt noch, aber dürfte nicht mehr lange leben Ach, das fängt ja wieder gut an mit uns beiden, ey Halt's Maul 532 Dollar los Unverschämtheit Ja Ja, Mann Ich renne gerade mal wieder zurück Hätten wir uns nicht auf ein Auto holen können, wie Idioten Ach, mehr oder weniger Du kannst ja noch ein Auto, bist du wieder, bist du da, wo du Ich bin jetzt schon quasi gleich durch den Tunnel durch Ja Der große Dicke Na, müssen wir mal gucken, ey Was machst du denn Ich komme Dich zu Hilfe Ja, ich denke auch Bitteschön Hier sind doch noch so Diese anderen Arschgeigen unterwegs Mann, geht mir doch mal bitte vom Arsch weg, ey Krieg hier echt gleich zu viel mit diesen Pissnelken Feige Schweine mal aus dem Hintergrund angreifen Ja, ne Boah, lass mich ja weg Scheiß Wurmloch, Thresher Wer bist denn du? Alter Hier spacken gerade wieder die Physik rum Ja, keine Ursache Ja, ich weiß es doch So Jetzt sind wir leider immer noch nicht weiter, weil wir müssen ja immer noch hier weiter rüber, ne Mhm Hoppa Gangnam Style Diese Scheiß-Tagebücher-Mission, ey Mhm Das ist ein bisschen blöd Müssen wir jetzt überhaupt hin? Okay, wir können hier auch erstmal Lass uns mal erstmal hier vorne hinlaufen Da oben ist er Da ist der Dicke Und hier kommt irgendwo der Dicke raus Da ist er So, Apparat kaputt Was da ist, was da ist, was da ist Crap Scheiße ist das Ja In der Tat Wie Professor Doktor Klenk sagen würde In der Tat Die mit ihrer Scheiß-Randzieherei, wa? Verstehst du? Ja Wir müssen hier hoch Irgendwie Ist halt die Frage Wir müssen Was? Ja, da müssen wir hoch Ja, wir müssen hier in die Station Wir müssen jetzt quasi in zwei gegensätzliche Stationen dann auch wieder rein Einmal hier und einmal da hinten Äh Ist total bekloppt eigentlich, wie wir jetzt hier angefangen haben Aber naja, nu Ja, genau Unsere ganz speziellen, ja Na komm schon, du kleiner Saftsack Weg sind sie Ja, wir sind schon tot Bei den sich bewegenden Zielen Ja, du kannst mich ja mal richtig am Arsch lecken, Junge Soll ich die am besten slacken irgendwie und du machst da den Rest? Ja Das wäre ganz gut Ja, ne Autschen Werfe Granate Okay Okay, der ist schon mal hinüber Hinüber So, wir müssen nämlich nach oben Sagt er ja hier Oh, Granaten endlich wieder Ach du Kacke Ja, ja, da kommen die Aslachs an Ey, du kleiner Alter, du kleiner Schlitzpisser Ich bin am Weg Oh ja, na klar Ich habe noch so einen Loader, warum nicht? Hilfe, Mutti Na, komm schon Dankeschön Aha, gleich nochmal, weil es so schön war Coole Nummer Dankeschön Ah, jetzt kommt so ein Dicker Aber ich slack die Oh oh, wo du bist Hier hinter den zwei, äh, Dinger Ach da Halten sie durch Bitteschön Frohes Schaffen Auf Wiedersehen Ich bin nochmal weg Oh nein Nein Was machst du? Da habe ich direkt wieder erwischt, der Sack Komm schon, ey Das gibt's doch nicht Ah, fuck, jetzt bin ich auch tot Mist Ach, kommt schon Das gibt's doch nicht Komm, 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 komm Fuck Mist Okay, Folge ist eh zu Ende Oder wie, nee, wie lange wollen wir machen? 20 Minuten oder 30? Ähm, ja, machen wir hier kurz einen Stopp Und dann gehen wir wieder rein, oder? Okay Machen wir mal kurz abbrechen Und dann gehen wir direkt wieder rein Gut, liebe Leute Ihr seht, es geht genauso toll weiter, wie wir aufgehört haben Genau Vielen Dank fürs Mit-Dabeisein Und viel Spaß beim Zugucken Und bis zur nächsten Folge Macht's gut Tschüss Tschüss Tschüss